Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Ja, wie du siehst, ich schneide gerade das nächste Video, allerdings ist das nicht relevant für das jetzige Video, denn ich hatte ja vor kurzem das 250 Abonnenten Special und heute ist es soweit, ich werde den Gewinner auslosen. Wenn du wissen willst, wer gewonnen hat, bleib dran. So, hier ist das Video und wie gesagt, jeder, der einen Kommentar da gelassen hat, der hat dir die Chance auf ein kleines Geschenk, einmal den Trangia-Koch und ein Outdoor BW-T-Shirt und ich freue mich, dass auch dieses Mal wieder einige mitgemacht haben und jetzt schauen wir einfach mal, wer gewonnen hat. Dazu werde ich einfach den Link kopieren und das Ganze automatisch ohne meine Einwirkung auswerten lassen. So, schauen wir mal. Insgesamt gab es 26 Kommentare und dann schauen wir doch mal, wer jetzt gewonnen hat. Okay, der Gewinner steht soweit fest. Er heißt Meister Wald. Okay, Meister Wald, ich hoffe, du hast viel Spaß am Trangia-Kocher. Ich werde dich noch anschreiben bezüglich der Größe des T-Shirts und allen anderen nochmal vielen Dank für das Mitmachen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.